Oh man, jetzt liegt hier wieder irgendeine Farke, die ich nicht aufheben kann, weil sie wieder nicht da liegt, um sie liegt. Diese komische Maschine da, die zeigt mir an, hier ist irgendwo noch was dreckig. Aber ich habe keinen Plan, wo. Das war doch letztes Mal bei dem letzten Level auch so. Du machst alles richtig, ja? Ja. Immer. Ich bin mal gespannt, wie man mit den Eimern dann da nach oben kommen will. Das geht. Du bist ja schon da oben. Achso, du meinst oben. Ja, weil das liegt doch immer und dann wird mir doch so nach oben geschossen. Ach, stimmt. Ich glaube, das wird jetzt nicht so leicht werden. Was ist denn mit Absicht? Was ist denn mit Absicht? Was ist denn mit Absicht? Um, ich werde das ganz so leicht verwenden. Ich bin mit Absicht. Um, ich werde das. Wus 2020. Sieht nicht mit Absicht und Test. Ich bin mit Absicht. Ich bin mit Absicht. Ich bin mit Absicht. Das ist ein dummer Eimer. Hast du schon eine Lösung gefunden, wie man seine Füße selber sauber macht? Hm. Irgendwann machst du ja keine Fußabdrücke mehr. Ey, der zeigt mir hier an, dass hier überall was ist. Vielleicht mal so eine Wärme-Wildkamera oder sowas. Ich tue ja ganz schön viel Scheiß rum. Hast du schon so eine Box gefunden, wo man was bauen kann? Ja. Hast du da eine? Bei E.T. Bei E.T. ist die. Vielleicht bräuchte da noch eine. Was denn? So eine... Da ist der Hilfe-Kasten oder was das ist. Hm. Du siehst, ich sehe da nichts mehr. Ich rieße dich das hier. Ja. Also das ist echt riesig, ja. Ich habe die zwei. Hm. Wo bist du? Na wo wohnen? Guck mal nach oben. Gleich. Gleich. Okay, bin unterwegs. Was ist denn du denn in der Hand? Warum dreht der sich so? Kann tanzen. Ach, jetzt hängt der vorhin. Mann, es war grad viel lustiger. Warte. Oh ne. Was? Was? Wo ist er hin? Okay, das level ich. Jetzt taucht es schon wieder auf. Okay. Der war ja quick lebendig. Hier ist es. Hier ist es sauber. Aber hier nicht. Der hat drei Tage nichts mehr getrunken. Was? Der hat drei Tage nichts mehr getrunken. Wo ist denn das? Mal gern fünf. Verlassen halt. Ui. Maff. Ey, das ist kein Level nimmer, ey. Das ist, äh, Mammutaufgabe. Aber hier piepst der noch. Versteht es nicht. Ich weiß nicht wo. Warum nicht, weil ich mach alles deutlich. Hallo. Äh, wow wow. Wut Full Weekly. Pühnen so sehroterig. Amitraus ist vor één Lukasem, Pfiff. Ich glaube, hiermit bin ich fertig. Brauche ich dann später bloß noch diese blöden Dinger da. Wie man diese USB-Sticks da mitnimmt, das würde mir auch mal interessieren. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ganz hinten liegt ja auch noch einer. Hier liegt überall so viel Blut rum. Was sieht so bei dir aus? Blutig. Vor allem gerade die T's Badewanne aus. Badewanne. Ja. Mhm. Mhm. Ja. 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 Mhm, mhm. Mhm, mhm. Nacht wird's hier auch irgendwie nicht. Mhm, mhm. Das ist... Da gibt's doch irgendeine Gegend, wo es monatelang nicht... Nacht wird. Oh, da wird jemand krank. Bei ihm bist du krank. Ja. Mhm. Sch Leo,! Ch Leo, wenn ich jetzt gerade, dann den Regen für Das Spiel muss so eine Einblendung oben rechts oder links haben, zu wieviel man das Level abgeschlossen hat. Ja, stimmt. War auch nicht schlecht. Und wie kommst du voran? Ah, schleppend. Ganz schleppend. Weil das alles so Zeug ist, was man nicht in Kisten packen kann. Ah, weil's so groß ist. Weil's so unhandlich ist. Nimm doch die Waffe. Hm. Macht keinen Spaß. Magst du Oldschool machen? Ja. Versteh ich. Wenn ich hier renne, dann hört sich das an. Das würde ich irgendwas rumschmeißen. Aber ich seh nichts. Ich komm jetzt dann eh mal zu dir. Nee, oder? Ja, gerne. Ich habe immer das Gefühl, wenn man da ein bisschen arbeitet, dann schaut es danach schlimmer aus. Also wirklich, so eine Mitte schaut es schlimmer aus, als ganz am Anfang, bevor man anfängt. Alter, hast du irgendwie, das geht mir genauso. Vor allem das Schlimme sind die Eimer, du brauchst ja wirklich, ich weiß nicht, 40 Millionen oder so. Hast du oben schon sauber gemacht auf dem Container? Nein. Aber wenn du unten nicht sauber machst und nach oben gehst, dann nimmst du wieder alles nach unten. Ich mache erst deine Leichenteile weg. Wo ist denn das Gerät eigentlich? Welches Gerät? Das Aufzugsfahrgerät. Das Gerät vor, vor ETs Haus. Ich nehme mal einen Eimer mit, schaue ich mir das mal an, ja? Achso. Ja. Achso. Hast du eigentlich nur hier Blut gesehen? Oder? Oder? Aber für allen. Ich war nur bei einem oben, habe ich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob man ganz nach oben kommt oder ob man nur auf diese einzelnen. Einzelnen. Okay. Ich war nur bei dem, wo du jetzt bist, oben woanders, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt vergessen. Nein. Du musst stören... Du musst für ihn, wo dir sie Ihr müsst submissions. вспachest. Du musst raar etwas Schwerer mal nach oben auf. Das war's für heute. Ich hab's wieder einen. Jetzt haben wir das Teil spinnt ein bisschen. Jetzt haben wir das Teil spinnt ein bisschen.